Hi, heute helfen wir dir alle ehemaligen Bundeskanzler und Bundeskanzlerinnen der Bundesrepublik Deutschland und deren Parteizugehörigkeit zu lernen. Falls dies dein erstes Lernvideo von uns ist, schau am besten in die Videobeschreibung für unsere Anleitung. Wir machen zwei schnelle Durchgänge, den ersten in chronologischer und den zweiten in zufälliger Reihenfolge. Viel Erfolg, los geht's. 1949 bis 63 Konrad Adenauer CDU 1963 bis 66 Ludwig Erhard CDU 1966 bis 69 Kurt Georg Kiesinger CDU 1969 bis 74 Willi Brandt, SPD 1974 Walter Scheel FDP 1974 bis 82 Helmut Schmidt SPD 1982 bis 98 Helmut Kohl CDU 1998 bis 2005 Gerhard Schröder, SPD 2005 bis 2021 Angela Merkel, CDU 1966 bis 69 Kurt Georg Kiesinger, CDU 1974 Walter Scheel, FDP 1949 bis 63 Konrad Adenauer CDU 2005 bis 2021 Angela Merkel, CDU 1963 bis 66 Ludwig Erhard CDU 98 1998 bis 2005 Gerhard Schröder, SPD 1974 bis 82 Helmut Schmidt, SPD 1974 bis 82 Helmut Schmidt, SPD 1982 bis 98 Helmut Kohl, CDU 1982 bis 98 Helmut Kohl, CDU Frankfurt Glasaitforbiet, Frausher und Kommunikette Vielen Dank.